Ich weiß noch, wie Orange mit mir Back Ops 2 Zombies aufnehmen wollte. Weißt du, auf dem alten MacBook habe ich immer so gesagt, ich habe da keine Chance, also, ich liege immer im nächsten Moment und so. Ja ich weiß noch, Alter, du hast gesagt, die Zombies ruckeln immer auf mich zu. Okay. Ja. Ich lauf und die ruckeln bei denen. Und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, weil das nicht so richtig funktioniert hat. Hallo, ein 8 Jahre altes MacBook. Kannst froh sein, dass das überhaupt gestartet ist. Ja und auf jeden Fall, MW2 haben wir dann immer am meisten gespielt, weil es am besten gelaufen ist. Nein, da weiß ich noch immer, wie ich denn... Ja, deine Grafik war es auch kein Wunder. Die Grafik war eigentlich echt nice. Damalige Verhältnis eigentlich schon, aber gut, das war halt auch nur 720p und so ein Zeug. Aber Dings von Manu und so, da kann ich mich noch erinnern, wie ich immer gesagt habe, du bist so schlecht, also scheiße, gib dir immer ein bisschen Mühe und so. Weil er war wirklich am Anfang übelst der No-Hand, ne. Und dann ist der immer so ausgetickt und war übelst wütend und so. Was? Wo kommt das zu mir raus? Wo kommt das zu mir raus? Oh, ein, ein, ein Creeper-Monster. Natürlich hol ich mir, bevor der mal hier sich auflöst... Oh mein Gott, ich hab'n Huhn gar keinen gehört. Dennis, wo bist du? Ich bin's nicht. Gunpowder raus. Der hat gar keine Gunpowder gedroppt, der Mistkerl hier. Gar keine Gunpowder gedroppt. Nix mit Dropper und so. Kann auch sein, dass die Zombies über mir sind. Geradeaus. Irgendwo. Alles klar, Justin, du hast dir einfach mal im... raus, einfach mal so ne offene Stelle. Habt jemand von euch eigentlich schon Bett? Weil ich glaub, das wär so sinnvoll, wenn wir langsam mal... Wenn du dich reinsetzt, dann... Normal, äh, wird's dann auch Tag. Also muss... Muss eigentlich nur so an sich einer schlafen. Ja, da haben wir das Problem, einer muss schlafen. Ja, einer muss sich aufhören. Ich hab jetzt mal kurz Pause gemacht. Ich muss unbedingt mal schiffen. Ich bin gleich wieder da, ne? Alter, ich muss auch so krass pissen. Okay. Nimm mal kurz weg. Ja, kurze Aufnahme-Pause. Schau mal was. Mir fällt gerade ein, ich bin noch GameOT1. Wieso bist du GameOT1 gewesen? Damit mich hier, falls irgendjemand... Nicht cheaten hier! Nein! Das hatte ich gemacht, damit, falls irgendjemand hier kommt oder so, mich nicht gleich umliedert. Und machst du eigentlich immer noch deinen Livestream? Nö. Funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Aber du nimmst auf, ne? Ja. Alles klar? Hm? Das ist alles klar. Gut, dass du aufnimmst. Dann hast du heute mal wieder ein bisschen Content für deinen Channel. Nö. Hups. Was? Saut Max aber wirklich die Fremdwörter aus Content. Mhm. Hier die ganze Fachsprache hier. Die ganze Soße dort. Hm. Braum. Wir wollen hier nicht übertreiben. Komm schon, irgendwo muss da hier die Höhle sein. Oh. Und hier für die Zuschauer nochmal ein ordentliches Geraschel hier. Qualitätsoffensive Waves 2016. Nee. Is it seven days? Natürlich. Hm. Ich weiß noch, ähm, ich kann mich ganz klar noch erinnern an, äh, 2014 als das 2-Wall-Hits-Bade das erste Mal stattgefunden hat, ne? Unstreng. Qualitätsoffensive 2014. Genau. Da kam ständig irgend so ein Spruch, ne? Und irgendwas mit Zeitenbacher-Müsli und so ein Zeitenbacher-Müsli. Zeitenbacher-Müsli. Müsli von Seitenbacher. Zeitenbacher-Müsli. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis bitte. Zeigen Sie mal bitte. Bitte Ihren Ausweis zeigen. Der war einfach so schlecht. Und... Ich sag jetzt mal... Uh, hör mal an. Du klar bist. Ich hab... Ich hab ne Frage. Darf ich... In den Game Mode 1 gehen, zum Gucken welchen Stein ich in dem Boden verwende? Oder muss ich das per Zufall aussuchen? Äh, das kannst du machen. Such doch mal per Zufall aus, dann wird's umso spannender. Hmhmhm. Ja, ich weiß nicht was harmoniert. Das muss ja harmonieren. Zufall, Zufall, Zufall. Super, Schluss auch. Kann er doch hier oben drüber sein. Was auch immer. Das war ne Bierflasche. Wirklich. Server-Let's-Play ohne Bier. Geht einfach nicht. Und da kann mich auch kein... Kein Ohrenstutz davon ab... Ähm... ...halten, ne? Auch ein, ähm... YouTuber mit 5 Millionen Abonnenten, der hier für diesen Server ein Video machen würde, der kann mich davon nicht abhalten. Es ist natürlich mein Bier. Da trinke ich lieber mein kaltes Bier anstatt darauf zu verzichten und mit irgendeinem... äh... Famegeilen Spasten aufzunehmen, der sich arrogant gibt und alles, ne? Weil das muss ganz ehrlich nicht sein. Äh... Können wir auch selber ganz gute Videos produzieren, ne? Das sind... Bist du auch wahrscheinlich der Meinung? Und jetzt grebe ich mich hier zufällig durch, weil ich hier so ein Scheiß-Zombie finden möchte. Äh... Zombie gleich Höhle. Und da finde ich ganz viel Eisen. Hier finde ich ganz viel Kohle. Kohle, mal schauen. 35 und 64. Ich glaube, ich habe ein bisschen... Oh. Und das finde ich noch ganz viele weitere Erz... äh... Dinge ist hier. Toll. Treffe ich auf meinem eigenen Weg wieder. Man muss doch hier auch wieder rauskommen. Oh. Oh. Je später der Abend, desto... Qualitäts... desto höhere Qualität hat der ganze Scheiß hier. Ja. Aber das kommt alles online, ne? Ja. Und bei mir kommt es wahrscheinlich sogar noch mehr online als bei dir. Ja. Wieso das? Einfach weil ich jetzt schon mehr in der Kiste habe als du. Überhaupt nicht. Aber wie viele Folgen hast du denn gemacht? Ich bin jetzt bei 1 Stunde 52. Aber du nimmst ja am Stück auf, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt schon irgendwie die 12. Folge oder so. Weil ich tue ja nicht alles direkt totladen muss. Ist das so ein Einheitsbeil und es schaust sich... Es gibt sich doch keiner in der Folge, die 2 Stunden lang ist. Verstehst? Ich weiß. Tolle Cutten. Tu ich ja auch nicht. Und... So lange wird höchstens... Oh, da habe ich Eisen übersehen. Ups. Du kannst es ja vielleicht ein bisschen cutten oder so. Ich tue es ja auch auf 15 Minuten cutten. Echt? Ja. Und dann einfach so wie Deadstuck irgend so einen Breihoof machen. Du gibst dir wirklich so viel Mühe? Also du tust wirklich alles cutten und so? Mit welchem Programm Max will das dann? Äh... Wieso... Na... Ähm... Hier... Cyberlink Power Director. Ah, okay. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass ich hier nicht schon längst rausgekommen bin. Ich will hier ein bisschen nachhelfen. Ah, hier bin ich doch perfekt auf der richtigen Höhe gewesen. Ist nur ein bisschen breit geworden hier die ganze Geschichte. Das ist natürlich nach oben. Ich stimme ihn jetzt zurück. Ne, ich geh wieder an die Oberfläche. Habe außerdem Hunger. So, jetzt mache ich das nicht so wie manchmal Orange in seinen Aufnahmen. Weil das hat er ja öfters auch schon mal in seinen Aufnahmen gebracht. Einfach das gleich Home eingeben. Ja, aber wenn man das doch schon gesetzt hat, ist das ja in Ordnung, finde ich. Was? Der hat immer Home gemacht? Ja, ganz früher. Ganz früher. Beim ersten. Ja, ganz ehrlich. Nicht bei Season 2, sondern Season 1. Okay, aber ganz ehrlich, wie dumm ist das denn? Der sagt zu uns, wir dürfen uns nicht teleportieren und dann macht er selber immer so eine Scheiße. Ist dir das die in seinen Aufnahmen aufgefallen? Ach nee, man guckt ja seinen Schrott nicht. Ich habe dem seinen Schrott echt nicht geguckt. Nur die guten Folgen, wo alle mit dabei waren oder wo ich... Ja, der hat ja den scheiß Kanal gelöscht. Aber das ist natürlich sowas von ein Zeichen von aufgeben und so und... Und das sieht man, dass er den Schwanz eingezogen hat, endgültig. Und da braucht er... Nimm mal keine Schwanzvergleiche bei Orange Spelgen, das kommt nicht gut. Genau, du hast ja recht, was soll er denn da groß eingezogen haben können, ne? Weißt du, kann er ja nix. Weißt du, aber ich meine ja eigentlich, im Endeffekt hat er ja sowas von aufgegeben und... Hallo, ich bin auch wieder hier oben. Heiß! Auf jeden Fall hat er sowas von aufgegeben und... Und dann noch... Das Schlimmste fand ich halt, er hat zwar aufgegeben, aber am Ende noch so getan, als hätte er noch was aufs Lager oder so, ne? Dann hat er überhaupt nicht mehr aufgenommen oder so. Und dann, wie er da mit seinem Laptop da oben gemacht hat, von wegen... Also, das kriegen wir irgendwie hin und... Und... Komm mir nicht mit V-Sync. Ja, ich geb den so den Tip-toe V-Sync rein. Komm mir nicht mit V-Sync. Was? Halt echt so... Weißt du, der arme Laptop so übelst am... Strugglen. Ich wollte hier sogar fast schon sagen, dehydrieren, aber Laptops haben ja keine Wasserkühlung, ne? Super dumm. Aber, ähm... Ich meine ja natürlich, dass der... Das Geräusche am Schmilzen. Genau. Und der so... Zum Teufel mit V-Sync. Auf jeden Fall. Ich hab zu viel Bruchstein... In meinem Inventar. Immer, immer wenn er so ne Fackel angeschaut hat mit seinem Shader und so ein bisschen hin und her, den ich bewegt hat, hat er immer so schön das Tearing gesehen. Oder das, wie es bei ihm geruckelt hat oder so. Ja, lecker! Ne, geil. So, ein... 32 minus 1 Eisen brenne ich jetzt. Hm. Weil das eine hat leider aus irgendeinem Grund nicht gereicht. Stimmt, ich wollte nach der Weizenfarm gucken. Wollte ich eigentlich auch mal wieder machen. Stimmt, die Scheiße hab ich auch nicht. Bei mir ist doch noch nix gewachsen. Na, bei mir schon ein bisschen. Kann ich wenigstens ein bisschen... Mal ein bisschen helfen. Wir können ja mal rein hinwählen... Ich geb's dir wieder, ich geb's dir wieder. Also ich wär... Es tut mir leid. Junge Dame hier. Wir können... Wir können... Wir können... Wir könnt ihr den Random Tick Speed ein bisschen höher stellen. So wer hab ich nicht. Ey, Samen! Gib mir meine Samen! Gib mir meine... Zwei Samen, die da rauskamen. Aaaaaah! ja nein liebe Zuschauer wir machen hier nichts unanständiges wir spielen hier ganz nicht mehr als sonst auch das hätte man mit Orid schon nicht mehr machen können ja der wäre hier schon übelst ausgetickt von wegen und so Vergewaltigung und so und bitte helfen sie mir bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr bitte helfen sie mir oh ja Brot scheiße 2 1 ich glaube Eisenmangel habe ich jetzt nicht mehr wirklich sehr stark ich auch nicht ich habe eine Höhle gefunden da war auch ganz viel Granit und Andesite und damit baue ich jetzt meinen Boden da oben wächst noch einmal Granit ich baue mal einen mit Granit ja habe ich auch da oben ist ein Quiefer gerade die spawnte auch gut ich bin hier schon wieder sowas von hungrig wie im echten Leben auch immer aber komm Gras gib mir meine Samen ganz ehrlich da hilft nur ein gutes Bier ne Brezel ne große Brezel welche muss man sagen erbrezel mit Käse oder ohne? eine mit und eine ohne Gersbraten Stimmt warum entscheidend? warum entscheidend wenn beides gilt? das mache ich auch immer ich nehme immer lieber beides als mich entscheiden zu müssen hat man nämlich mehr davon also Hamburger mit Käse oder Cheeseburger ohne Käse? ich nehme immer 10 Hamburger 15 Cheeseburger 15 Chicken Burger dann geht hier die ganze Speisekarte durch mit Big Mac und so ähm gab's da immer sowas wie Crunchy Chicken Burger oder so'n Zeug oder ne das gibt's ja immer cool T-Wing nur wenn ich hier Samen setze nein generell auf dem Feld von wegen und dann doch Chicken Wings und Chicken Nuggets und alles und dann den Random Tick Speed um 3 Cola am Ende ne ne ähm tu mal bitte nix am Random Tick Speed machen wir hatten da schon mal das Problem dass da irgendwann ähm ähm das nicht mehr richtig funktioniert hat das hat der Leon schon mal gemacht das ähm das ist total ja Leon hat bestimmt auf 10.000 gestellt oder so ja trotzdem möchte ich dass da irgendwie noch höher gestellt wird weil ich möchte auch schon ein bisschen dass es realistisch ist mit dem Wachsen von den Sachen also sonst ist es ja wirklich ein bisschen zu einfach stimmt du möchtest die über 10 Stunden warten mhm aber hier nehmen wir auch ein bisschen Zeitlang auf und tun nicht irgendwie gleich alles wieder löschen und neu beginnen nach nach 5 Minuten neu beginnen ich finde das sollte mal langsam ein bisschen so eine so eine Serie werden wie ähm also so ein bisschen was wie meinetwegen äh Staffel 1 mit äh 20 Episoden und dann kommt natürlich Staffel 2 und so weil dann kann man natürlich ein bisschen mhm Staffel 1 hat mehr Episoden sogar mehr als 100 es ist mir egal wie viele Episoden hat auf jeden Fall weil das das so ein bisschen in Staffeln ist dann ähm ähm ein bisschen ein bisschen ich so ich ähm nehme jetzt gerade auf wann ich Lust habe und dann es kommen zwei Minuten äh zwei Minuten sag ich zwei Monate kein Video mehr äh ähm richtig gut oder? ne 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 geschnitten hat er ja gar nicht stimmt er hat nie geschnitten denn auch kein Intro gar nichts verwenden auf jeden Fall hat er ähm ne das hat er halt vielleicht manchmal ähm wenn er sich Mühe gegeben hat zum Beispiel beim Trailer hat er vielleicht geschnitten aber ähm darum geht es ja gar nicht mehr ja Trailer vorher so komisch tanzte ne naja das kann ja sein da hat sich vielleicht mal wirklich Mühe gegeben aber ähm im Endeffekt im Endeffekt hat er das halt nicht erhalten können sondern hat halt irgendwann den Hut abgegeben oder den Löffel ey Justin ich hab schon die erste Etage drauf cool und ich hab hier mal richtig viel Kohle geholt cool ich hab so langsam erstmal meine äh äh Parterre fertig da freu ich mich da freu ich mich dass ich hier mal wieder ähm zwei Stacks Kohle gefunden hab ne dann kann ich hier mal wieder weiter machen